Ich bin die Doris und mache seit einem Jahr Pole Dance. Ich habe sehr lange Zeit schon mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und ich war letztes Jahr mehr oder weniger gezwungen mit Sport anzufangen. Ich habe bis dahin gar nichts gemacht, also mich hat nichts angesprochen, sage ich mal. Irgendwie war meine Motivation viel zu klein. Und dann habe ich letztes Jahr eine Folge King of Queens geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr die Fernsehsendung kennt. Und da war eben Pole Dance, eine Folge mit Pole Dance dabei. Und da habe ich gesagt, na, das probiere ich jetzt aus. Das hat mir immer schon gefallen und deswegen habe ich gesagt, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, nicht viel darunter vorstellen können. Nur, was ich jetzt so, sage ich mal, in Fernsehsendungen gesehen habe. Ich fand es immer schon spannend. Pole Dance, Werner, ist mein happy place. Ich würde meinem Anfänger, ich sagen, denk nicht so viel, tu es einfach. Ich würde meinem Anfänger, ich sagen, denk nicht so viel, tu es einfach. Ich sehe, ich glaube, danke.